Was gibt es eigentlich sonst Neues in Christenheit? Jesu hat auch alle wiedergeboren. Und lebt zum Teil mit Jesus. Was erwartet ihr noch? Was erwartet ihr heute, wo ihr hierhergekommen seid, dass Jesus mit euch redet? Was erwartet ihr heute hierhergekommen seid? Das Problem, das immer wieder auftritt ist, dass man zu einem Punkt kommt, wo man sagt, Mensch, ich weiß das schon alles. Jesus ist ja für mich im Grunde genommen gestorben, meine Sünden vergeben und jetzt lebe ich einfach mit Jesus zusammen und warte einmal auf seine Wiederkunft. Oder wenn ich gestorben bin, dass ich dann Reich Gottes wieder auf meine Augen auf die. Ich weiß es nicht, nicht zu Hause. Möchte Jungen� страшn Youtube. Ansonsten wir wieder hierhergekommen. Ich weiß es nicht, ich weiß, dass du hierhergekommen bist. Ich weiß es, dass du hierhergekommen bist, mit mir geschmackt bist. Wo ich dir das liebte. Jetzt kann ich dir leben. Wenn ich dir an die Weltkarte, dann kommen Sie zum Teil der daumtieren. Wenn ich die Weltkarte, ich kann mich Nein. Gibt es noch mehr? Ja. Wenn er sprechen soll, was soll er noch sagen? Was erwartet ihr, was er noch sagen soll, was soll er noch offenbar oder zeigen? Was erwartet ihr, wenn ihr ein paar Dinge habt, oder es gibt ein paar Dinge, die für euch mögliche, oder ihr könnt diesen Schiff aus ihr weggegeben? Was gibt diese Dinge? Letzte Woche haben wir auch über ein Thema gesprochen, wo viele Leute gesignet worden sind. Sie sind zu mir gekommen, haben sich bedankt, das ist eine tolle Predigt, danke Herr. Sie haben vieles nach mir gesagt, dass sie wirklich das liefst. Ich wusste nicht, was die Hintergrund war. Und ich wusste nicht, was die Hintergrund war. Ich wusste nicht, was die Hintergrund war. Ich wusste nicht, was die Hintergrund war. Wir haben ja letzte Woche diese Darstellung gemacht, von alten Menschen in Adam geschaffen und die neuen Menschen in Christus geschaffen. Und wir haben gesagt, ich bin oder der Mensch, der geboren wird, steht auf der Seite, das war Adamslinie. Ja, und dann wird es als Zünder zugerechnet, weil Adam gesündigt hat. Und bei Hesab Eau, Gönah gönig ist, weil Adam gewünscht hat. Er ist schuldig, weil Adam gewünscht hat. Und die Gesetz übertreten hat. Und der Tod ist durchgedrungen bis heute, 2012, für jeden Menschen. Die Leute, die letzte Woche nicht da waren, ihr könnt gerne das umsonst im Internet, in unserer Website, könnt ihr euch anschauen. Es ist wichtig. Weil diese Wahrheit, es ist ja nicht so, dass wir teorie bekommen, sondern diese teorie, indem wir dann im Glauben aufnehmen, wird es praktisch, unser Leben wird verändern. Es ist richtig. So, und dann haben wir gesehen, dass auf der Seite war der Mensch, der in Jesu Linie war. Ja, weil Jesus gerecht war. Und ich an ihn geglaubt habe. Deswegen bin ich gerechtfertigt worden durch seine Gerechtigkeit. Auf der Seite haben wir gesehen, der Mensch ist sündig und steht unter dem Fluch, weil Adam gesündigt hat. Man kann sagen, ich kann nichts dafür, wenn Adam gesündigt hat. Und auf Jesu Linie, die Auferstehungslinie, und in dieser Fluch, der Jesu Linie ist, die Auferstehungslinie, die Auferstehungslinie ist. Wir haben festgestellt, dass er nichts dafür, dass ich gerechtfertigt bin bei Gott, weil ich Jesus' Gehazan war. Und ich komme und das Zahnik nicht verletzt habe. Aber ich kann das Zahnikon sein. Und dann habe ich die Fahnen. Und die Schleifung in der ganzen Welt ist. Ich kann nichts dafür. Er hat das alles gemacht. Ich habe es nur geglaubt. 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 Und Jesus hat mir aufgenommen. Das war die Predigt von letzter Woche. Und jetzt stehe ich natürlich da als gerecht vor Gott. Und dann habe ich auch noch einige Sachen gesagt für die Leute, die sich bei mir bedankt haben. Ich wusste nicht mehr, weshalb sie sich bei mir bedanken. Und hier habe ich auch noch einige Sachen gesagt für die Leute, die sich bei mir bedanken. Und hier habe ich gesagt, weil wir gerechtfertigt sind vor Gott. Und dann habe ich gesagt, weil wir gerechtfertigt sind vor Gott. Und dann habe ich gesagt, weil wir gerechtfertigt sind vor Gott. Ach, wenn wir zündigen. Wir stehen trotzdem gerechter. Auch wenn wir Fehler machen. Und wenn wir Fehler machen. Und dann sagen wir, dass Gott uns nicht auf uns gerechtfertigt ist. Und dann sind wir immer noch die Liebe Gottes. Und wir sind gerechtfertig. Und wir sind gerechtfertig. Weil er sich gerechtfert hat. Und dann haben wir auch festgestellt, dass Jesus durch ein Opfer mich vollkommen gemacht hat. Und dann haben wir auch festgestellt, dass Jesus durch ein Opfer mich vollkommen gemacht hat. Und wir haben mich vollkommen gemacht. Und jetzt bin ich vollkommen gemacht. Und dann haben wir kurz gesagt, dass Gott etern will sagen. Und wenn ich solche Dinge, wo ich sagen jetzt will, dass Gott gleich an willkommen leben hat. Ich stehe immer noch gut da. Und ich habe auch gesagt, ja, das stimmt. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Ich kann nichts da machen. Also gehen wir zündigen. Ich habe von einem anderen Predigt eine Sache gehört, das ist ganz interessant für euch. Für die Leute, die Zweifel haben, dass wir eine neue Schöpfung sind. Auch wenn wir zündigen. Wir sind eine neue Schöpfung. Du kannst nichts dafür. Wenn du glaubst und geglaubt hast und buße getan hast und wirklich mit ganzem Herzen getauft worden bist. Wenn du im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Du bist eine neue Schöpfung. 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 Für gute Werke. 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 Amen. Und oft ist es so, dass wir auch in dem Glaubensseminar, aber auch in Sündige Hedafband, in Lebensmit Vision, auch diese Beispiele bringen, damit es uns klar wird, was das heißt, eine neue Schöpfung. Und dann sagen wir, wir waren vorher, wir sind geboren worden als Raupen. Wir wissen, wie eine Raupen, die durch die Gegend kriegt. Wir waren eine Kerme von Abrisham, die wir haben, und wir haben für uns geholfen. Und dann, nachher, es ist Gott Schöpfung, ja. Und dann wird dann eine Kokon gebildet. Und ich weiß, die zwei, drei Wochen dauert, aber das weiß ich nicht mehr. Hab ich vergessen, auf einmal zerreißt sich diese Kokon und auf einmal kommt ein Schmetterling raus. Und ich weiß nicht, dass es zwei, drei Wochen dauert, dass die Kerme von Abrisham in dieser Pille, die wir leben können, und dann wird die Kerme von Abrisham verwendet, und es entsteht ein Schmetterling. Es ist nicht ungefähr so zu vergleichen, mit diesem Sündhaften Menschen. Aber es ist ein Schmetterling. Wir können uns über die Verwanderung, durch die Verwandlung, durch den Glauben von Jesus Christus, ein Schmetterling herausfinden. Und das Schmetterling, die fliegt wo hin? Ist das richtig? Ja, stimmt. Was ist das richtig? Was ich mit mir? So. Und dieser Schmetterling, die fliegt wo hin? Die fliegt normalerweise durch die Gegend auf die Blumen. Das wäre eigentlich das Richtige. Nein. Nein. Und dann nehmen sie auch diese Blumen. Die Blumen, die Gott geschafft hat. Ja. Und lebt auch davon. Das ist natürlich auch. Das ist ein Schmetterling immer noch. Und jetzt, wenn dieser Schmetterling. Das ist irgendwo so ein Dreck von einem Hund oder von einem Kuh. Ja. Jetzt fliegt dieser Schmetterling und setzt sich darauf. Ist es immer noch ein Schmetterling? Ja. Das hat sich nur für ihn reinigt. Aber es ist immer noch ein Schmetterling. Aber es ist immer noch ein Schmetterling. Du kannst ja nicht sagen, ja jetzt bist du wieder zu einem Raupen geworden. Amin. Es ist immer noch ein Schmetterling. Aber er hat sich verdrückt. Und wenn er sich gesäubert hat. Und wenn er sich gesäubert hat. Dann fliegt er wieder von Blume zu Blume. Dann fliegt er wieder von Blume zu Blume. Und das ist eine Veranschaulichung. Das ist ein Schmetterling. Das ist eine Schmetterlinge. Wenn wir eine neue Schmetterling sind. Wenn wir eine neue Schmetterling sind. Dann fliegt er in Christus Jesus. Und wenn du jetzt zündigst. Und wenn du jetzt die Schmetterlinge bist. Du bist immer noch eine neue Schmetterling. Und in einer neuen Schmetterling bist du gerechtfertig. Und wenn du in dieser Schmetterling bist. Du bist immer noch geliebt. Du bist immer noch heilig. Du bist immer noch vollkommen gemacht. Du bist immer noch ein Kammelgeist. Da ändert sich wenig. Nur du hast dich verdrückt. Du bist nur ein Schmetterling. Amin. Und es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit erst einmal erkennen. Das ist eine Wahrheit, wenn du eine neue Schöpfung bist, dann bist du eine neue Schöpfung, deswegen wenn du nicht sündigst, da kommt keine Straf auf dich, da kommt keine Verdammnis auf dich, du hast dich verdrückt. Und in der neuen Schöpfung gibt es kein Verdammnis, das heißt, wenn du dich auf diesen Mist gesetzt hast, Gott verdammt dich nicht, du hast dich nur verdrückt. Amen. Es muss diese Wahrheit in unserem Leben stattfinden, damit wir den Teufel keinen Raum geben, dass er uns an dauert, wegen unseren Fehler und unseren Sünden und Anklag. Das ist eine Wahrheit, die wir in unserem Leben haben, die Schöpfung nicht, und er hat mich gerade gesagt, du hast dich einfach nicht gesagt, du hast dich nicht zu mir, du hast dich nicht zu mir, du hast dich nicht zu mir. Was ist das? Du verstehst? Das ist gut, oder? Nein, es ist gut. Aber ich habe mich gerade in der Schöpfung, in der Schöpfung, in der Schöpfung. Und dann kommt, wenn du eine Minute erwachst, du hast dich auf dich schmerzt, und dann kommt, wenn du dich so auf dich schmerzt, dann kommt, dann kommt, dann kommt, Das macht ja auch nichts. Aber die Wahrheit ist, für die Leute, die wirklich heilig leben wollen, aber diese Lüge leben, dass sie sich an Dauernd anklang, sie wollen immer besser werden. Es ist eine befreiende Botschaft. Mein Gott, ich brauche nichts zu machen. Ich bin schon ein Schmetterling. Ich muss nicht Schmetterlinger werden. Nicht? Dürfen Sie? Gut. Amen. Du bist ein Schmetterling. Und jetzt kann diese Botschaft für die Leute, die wirklich heilig leben wollen. Und für die Leute, die wirklich vor Zünde eigentlich fürchten oder gar nichts leben wollen. Und für die Leute, die wirklich aus Gunaan nicht zufrieden sind, und nicht zufrieden werden. Aber wegen dieser Gedanken, der Vertrauen ist, sie wollen, sie wollen sich immer mühe geben, die Menschen unter dem zufrieden sind, und Sie wollen, die Yoga sehr gefahren, und Sie wollen, die Menschen damit zufrieden, und sie wollen, die Menschen unter dem vor Ort aufgleichen, bauten, und sie wollen, sie wollen, und sie wollen, und sie wollen, wie sie wiederhören, steifern. Das ist ein heiliges Leben. Der Teufel oder das alte Ich raubt dir die Kraft. Und dann wirst du schwach. Und du kannst nicht mehr gegen die Sünde anstehen. Und wenn es 10, 20, 30 Mal passiert. Wirst du hoffnungslos. Ich bin so schlecht. Es hat kein Zweck mit mir. In die Welt kannst du nicht gehen. Weil du ganz genau weißt, da ist der Brand. Und im Reich Gottes hast du auch Probleme, weil du dich an Dauern anklagst. Amin. Amin. Deswegen die Leute, die sowieso zündigen wollen. Du kannst so auch die gute Botschaft von der Gnade Gottes erzählen. Und du kannst aber auch über die darüber erzählen, wenn du sündigst, kommst du in die Hölle. Wenn du sie zündigst, wenn du sie zündigst, wenn du sie zündigst, wenn du sie zündigst. Und die Triebe da sind. Und sie wollen sowieso gar nicht frei werden. Und diejenigen, die nicht mehr zündigst, werden sie zündigst. Die werden sowieso zündigst. Oder von der Hölle. Oder von der Gnade. Sie zündigst sowieso. Aber für die Leute. Die wirklich aufstehen wollen. Die wirklich sagen, Herr, ich will wirklich für dich ein Heiliges Volk sein. Die brennend machen und sagen, nein, Gott. Ich will in einer Gnade Gottes sein. Für die ist das eine befreiende Botschaft. Es ist auch wichtig, zu erkennen, was Jesus auf dem Kreuz getan hat. Dass du ein Schmetterling geworden bist. Oder eine neue Schöpfung geworden ist. Wenn ich meistens die Leute frage, was Jesus für dich bedeutet, was Jesus für dich gemacht hat. Er ist ja ganz klar. Er ist für meine Zündungen gestorben. Er ist für meine Zündungen gestorben. Was hat er sonst gemacht? Was hat Jesus noch gemacht? Er ist für meine Zündungen gestorben. Gut ist gestorben und ist aufgestanden. Okay, okay. Er ist für die Zündungen gestorben. Was hat er noch auf dem Kreuz gemacht? Er ist für die Zündungen gestorben. Er hat uns geliebt und hat uns frei gemacht. Er hat uns... Ja. Er hat uns... Ich möchte... Heute Morgen, wo ich auch auf dem Balkon gesessen habe. Ich bin heute Morgen, wo ich auch auf dem Balkon gesessen habe. Ich bin heute Morgen, wo ich auch auf dem Balkon gesessen habe. Herrliches Wetter. Und dann fing ich an Gott zu preisen und zu danken. Und dann habe ich gesagt, Herr, wie soll dein Volk wirklich erkennen, was du am Kreuz getan hast? Und dann habe ich gesagt, Herr, wie soll dein Volk wirklich erkennen, was du am Kreuz getan hast? Ich bin heute Morgen, wo du mit dir in die Zündungen gehalten hast. Wir kommen auf die Zündungen und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du meine Zündungen getragen hast. Wir kommen in der Hose und sagen, dass du mit uns gehalten hast. Und danke, dass du mir gegeben hast. Und danke, dass du mir gegeben hast. Tschüss. Und dann habe ich Gott gefragt und ich hoffe, ich denke schon, dass es von Gott die Idee gewesen ist. Dass wir wirklich für jeden Einzelnen, durch dieses Beispiel für deutlich wird, was er alles gemacht hat am Kreuz. Es ist als würde ein Mensch, dass du Menschen betrogen hast, ihre Geld und besitzt auch vernichtet hast. Und dann hast du eine Menge Geld gehabt. Und dann hast du dich im Topf und gefangen genommen, Und dann hast du den Topfika gefragt, Und dann hast du dir eine Makrof. Dann hast du dich auf Buffet genommen und verurteilt. Dann hast du dich ins Gefängnis... All dein Habe wird eingenommen. Außerdem wirst du getrennt von deiner ganzen Familie, von Frau, Kindern und von Vater, die du gar nicht sehen kannst. Das ist also ein Verlust von vielen Sachen. Und jetzt gehe ich darauf an, was Jesus getan hat. Normalerweise würden wir sagen, ja, Jesus ist gekommen und hat uns von Gefängnis befreit. Also jetzt kommt das Werk unseres Gott des Vaters durch Jesus. Er kommt, er kommt, er kommt aus deinem Straf. Es muss Straf werden, damit du rauskommst. Und dann bringt dich raus aus dem Gefängnis. Und dann hast du, als du draußen bist, hast du noch bei vielen Menschen schulden. Menschen, die du betrogen hast. Jesus kommt und bringt dich raus und bezahlt alle deine Schulden. Und bringt auch Frieden zwischen dir und den Gläubigen, beziehungsweise von den Leuten, die du betrogen hast. Er bringt wieder dein Geld, dein ganzes Geld, was du verloren hast, mit inklusive dein Besitz und gibt es dir. Und weil du aus dem Gefängnis entlassen bist, Und dann kommt noch hinzu, dass dein Vater, dein Gott, dein Himmelscher Vater, Und dein Vater hat einen riesen Firmasel. Und der Vater hat, oder dieser Mann, Jetzt Gott der Vater hat eine riesige Firma und er hat eine gute, beste Stellung in dieser Firma. Und weil du dann eine Adoption bist, dass du dein Adoptiertes Kind bist, bist du auch Erbe seines Besitzes. Und Gott der Vater sagt, du musst jetzt nicht mehr Menschen betrügen. Du hast jetzt alles, was du brauchst. Und ich habe alles für dich gemacht. Und ich habe alles für dich gemacht. Nicht nur von der Gefängnis befreit. Sondern ich habe meine Schuld. Aber ich habe meine Schuld. Und wenn du rauskommst, du musst viel Arbeit machen, dann kannst du nicht mehr Schuld. Du kannst du deine Familie zurückgeben. Du kannst du wieder Gemeinschaft mit deiner Familie und mit deinen Vater und Kindern haben. Und du hast jetzt eine neue Arbeit. Und du hast jetzt eine neue Arbeit. In der Firma des Vater. Und du hast eine wunderbare Stellung. Und du kannst dich hoch arbeiten, bis du der Chef dieser Firma bist. Und dann kommt noch hinzu. Du bist Erbe seines Besitzes. Und dann kommt noch hinzu. Und du bist Erbe seines Besitzes. Aber ich bin alle aus dem Gefängnis rausgekommen. Und ich bin alle aus dem Gefängnis rausgekommen. Und ich bin alle aus. Jésus hat am Kreuz, oder auf dem Kreuz. acse Baut. Es hat diese Opfer gebracht. Im Alten Testament gibt es fünf Arten von Opfer. Ich will nicht darüber eingehen, aber es gibt fünf Arten von Opfer, die Jesus selbst verwirklicht hat. Ich will nicht darüber reden, aber nur die ganzen Arten von Opfer zu geben. Aber das zwei Arten? Ein Arten von Opfer. Und dann gibt es auch ein Arten von Opfer? Das heißt, nichts anderes ist unser tägliches, heiliges Leben. Das heißt, wie wir heilig jeden Tag leben. Er hat dieses Opfer gebracht und wir sind in dieser Stellung, dass wir genauso heilig leben können jeden Tag und dann gibt es auch Schuld Opfer und dann gibt es auch Friedens Opfer. Das heißt, Jesus hat am Kreuz, in dem er zu Opfer wurde, zwischen mir und dem Vater Frieden gebracht, ich kann mich vertragen mit meinem Vater und es ist kein Wund zwischen mir und dem Vater. Das heißt, er ist als ganz Opfer, das heißt, er war die ganze Hinge habe. Er ist ein Kürbis, der alle 5 der Durchfälle ist, das ist alles gesperrt. Er ist ein Kürbis, für mein tägliches Leben. Er ist ein Kürbis, das ein Kürbis und ein Kürbis ist, das für meine Friedens Opfer, dass ich mit meinem Vater wieder Frieden habe. Und dann zünd, Opfer, eine Zühne Opfer. Das heißt für alle Zünden, die du gemacht hast. Von dem Zeitpunkt bis heute. Für jede Zünde hat er dort mit dem Opfer gesünd. Und dann gibt es auch eine Schuld Opfer. Entschuldige, es ist ein Zünd Opfer. Jesus wurde für das Zünd auf dem Menschen oder die menschliche Natur gekreuzigt. Was hat er getan? Er hat den Zünd auf den Adamischen Menschen an den Kreuz genagelt. Das heißt, alle diese, die alte Natur, die an Dauern zündigen will. Das heißt, die eine Kugel, die immer in der Natur war und er will, die eine Kugel zu machen. Er hat einen Kugel, die eine Kugel zu machen. Er hat einen Kugel über den alten und neuen Menschen gebeten. Er hat einen Kugel über den alten und neuen Menschen gebeten. Alles, was dich dazu hinbringt, dass du an Dauern zündigst, hat er gekreuzigt. Das ist das alte Adam, die alte Menschen. Das heißt, du bist frei von Dauern zu zündigen. Amen. Ich will etwas darstellen. Jesus ist der Zohn Gottes, nicht? Aber wir hören uns in der Bibel von Dauern, dass es der Herr von Dauern war, der Herr von Dauern war. Was hat die Bedeut? Die Bedeut? Die Bedeut? Die Bedeut? Was? Von? Von? Mariam. Von Mariam. ? Mariam. Richtig? Er war aus dem Zahn, der Mariam aus. Richtig? Dürhest? vom Geist ist er Zohn Gottes. Er war aus der Zahn der Menschen aus. Von Fleisch oder aus der Seele ist der Zahn des Menschen. Er war auf die Zahn der Menschen aus. Ist Mariam oder Mariam eine zündigin gewesen? Mariam war gut. Nein. Die Leute, die gesagt haben, ist, oder nicht ist, bitte ab September fängt Glaubensseminar an. Wir möchten nochmal machen. Alle haben gesund. Und alle kommen kurz von Herrlichkeit Gottes. Mariam ist eine Zünderin, ist eine Ausgewählte Zünderin gewesen. Also Mariam war, Mariam war eine Zünderin. Und Jesus hat ein Körper, ein Körper der Zünder hat die Triebe enthielt. Das Fleisch. Wir sagen immer, Jesus war in allem Heilig. Oder vollkommen. Aber sein Fleisch war in seinem Fleisch ein Sündhafte Triebe drin. Und er trug am Kreuz unsere Sündhaften Existenzweise. Und er hat die Zünder die Erwärmung die Glauben der Glauben und der Heilig. Von Körper, nicht von Geist, von Körper und von Seele stemte Jesus von Adam ab. Nein, er war kein Engel. Er war ja nicht irgendwie ein andres Geschäft, sondern er war so wie ich hier vorhischtehe. Nein. In Römer Kapitel 3, Kapitel 8, Vers 3 heißt das. In Römer Kapitel 8, Vers 3 heißt das. Da heißt das. Denn das Gesetz unmöglich ist, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Amen. Amen. Weil derjenige Schrei nicht bereit war, der von dem, das für die Menschen nicht gewohnt war, der Gott bereit war, er, den Segen von seinem Vater, für die Menschen einig, für die Menschen einig, für die Menschen einig, für die Menschen einig, und für die Menschen in der Bevölkerung das heißt Jesus ist gekommen nicht nur unsere Sünden zu vergeben sondern die Sündhaftigkeit die in unserem Fleisch steckt zu töten oder zu kreuzigen um uns zu befreien von diesem Sündhaftem Körper oder Sündhaftem Fleisch damit wir nicht mehr Sündig brauchen diese Pile diese Kokon und alles was diesem Raup ist im Grunde genommen verschwunden und so sind wir wenn wir neue Schöpfung sind und bei dem Grunde die wir frei von der Sündhaftigkeit wir müssen und braucht nicht zu Sündigen und jetzt kommt der Geist in dich hinein du bist frei von Gesetz und jetzt kannst du fliegen als eine neue Schöpfung bei Anwone die Schöpfung ich will es nun mal demonstrieren ich bin Jesus und das ist Adam Adam das ist Adam Adam ist das ist ich bin Jesus ja ich bin Jesus ich bin Jesus dem das Gesetz unmöglich ist weil es durch das Fleisch kraftlos war tat Gott in dem seinen eingeborenen Sohn in der gleichgeschoss des Fleisches der Sünde für die Sünde Sante und die Sünde im Fleisch vor Ort hat so ich bin Jesus der Vater sendet mich ich komme auf diese Erde mein Miam ruz zamin sieh sieh den sind haft menschen der mit sind haft den treben behaftet war mip und ges mido betern miko nam kink ges miko kak kon Und der möchte einen dauernd zündigen. Und wenn der Teufel kommt, er hat einen Ort, und er hat einen Weg in die Zündung. Amen. Und Jesus hat diesen zündhaften Körper angezogen. Und er hat einen Kreuz gegangen. Und hier als er gekreuzigt wurde. Er hat das gekreuzigt. Deswegen, wenn du jetzt hier stehst, auf Jesu Linie, und schau es dahin, dort siehst du, dass Jesus für alle deine Zünden, die du gemacht hast, die Strafe bezahlt hat. Und er hat diesen Zündhaft, sind auch die Zünden die unbewusst oder du vergesst oder du vergesst bis sie ihn verabschiedet haben. Amen. Alles ist da am Kreuz vollkommen für dich gemacht worden. Diese eine Opfer auch für ein heiliges Leben tägliches heiliges Leben dass du wo du hier stehst als eine neue Schöpfung ein Leben in der Heiligkeit Gottes für Leben kannst. Du bist frei von allem. Du musst nicht zündigen. Du kannst dich als Schmetterling in diesen Dreck reinkommen. Du kannst dir wie diese Pferdung wieder in den Kassi-Fie bewerben. Du kannst dir selbst und du kannst dir auch raus aus der Berufung Gottes und du kannst dir aus dem Heiligen von Gott nicht in die Hölle sondern du verlierst dein Lohn in diesem einen Beispiel wo ich gesagt habe der Vater hat diesen Menschen der Verbrecher der im Gefängnis als ein Sohn adoptiert. der Vater hat diesen aus dem Leben aus dem Leben und er hat ihn aus dem Leben aus dem Leben und er hat ihn zum Erb genannt. Und er hat ihn vorst Und er bekommt jeden Monat seine 100.000 Euro. Er wird da hingehen und für 10 Euro, 20 Euro Menschen betrügen? Amen. Er sagt, ich habe doch alles. Und jetzt kann ich die Firma meines Vaters verwalten. Amen. Wir alle liebige Schwester, wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes und Gott hat uns eine Verantwortung gegeben sein, reich zu verwalten. Amen. 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 Ich muss dann nicht mehr hingehen und betrügen und zündigen. Ich habe mir alles. Ich bin in der neuen Schöpfung in Christus Jesus geschaffen für gute Werke. Wenn ich ein Schmetterling bin, bin ich frei von allen Gesetzlichkeiten. Ich muss dich nicht sagen, für Gott tun, damit ich noch Schmetterlinger werde. Ich muss dich nicht sagen, für Gott tun, damit ich noch Schmetterlinger werde. Schmetterling hat zwei Flügel. Ich bin in der neuen Schmutzung. Deswegen bin ich, oder bist du frei von Gesetzlichkeiten. Du bist als Söhne und Töchter in Gottes, Gottesfamilie adoptiert. Ich weiß nicht, ob das dich interessiert hat. Und? Okay. Ich bin in die Adoptiert. Und? Dann flippst du nicht in der Freude. Wenn ich weiß, dass ich ein Erbe meines Vaters bin. Und ich muss nicht warten, bis Gott stirbt. Ja. Gott hat ewiges Leben mir gegeben. Und eines Tages werde ich in Ewigkeit mit ihm herrschen. Das Einzige, was ich tun kann, jetzt in diesem Leben, wo ich gerechtfertigt bin, wo ich geheiligt bin, wo ich vollkommen gemacht worden bin, und so wachsen wir. Für den Thron. Amen. Amen. Das hat Jesus alles geschaffen. Mit einem Opfer hat er alles gemacht. Bei einem Gürbis hat er alles gemacht. Deswegen haben wir in diesem Lied gesungen, Ehre und Dank und Lobpreis alleine. Wir haben nichts gebracht, als nur zu glauben, was er für mich getan hat. Wir haben nichts gemacht, ohne zu auf dem Motivation. Gott sei und lasst uns Gott heute bedanken für das, was dort hängt. Er hat das für dich ausgezogen und gekreuzt Du bist frei davon Glaub das und lebe das Amen Ich wollte heute noch über etwas anderes erzählen, aber ich denke, das reicht für heute Ich möchte heute noch etwas anderes erzählen, aber ich möchte heute noch etwas erzählen, aber ich möchte heute noch etwas erzählen Nächste Woche ist Taufe Nächste Woche ist ein kleines Teater Stück Nächste Woche ist ein kleines Teater Stück Nächste Woche ist ein kleines Teater Stück Wenn wir Schmittlinge sind oder wenn wir Königskinder sind Und wenn wir von Gott einen Auftrag bekommen haben Als Prinzen und Prinzessin Wir müssen wir leben Es macht Spaß Es macht Spaß mit Gott zu leben Und in der Bedingung, wenn du weißt, wer du bist Amen Wir sind so kostbar Wir können nur eins machen heute Ich glaube, dass wir Schmittlinge sind Wenn du dich da an irgendwelchen Mist und irgendwelchen Kode rein gesetzt hast Wenn du dich in einem Kassiv und nicht nach dem wirst du nicht Wir müssen nicht Wir können nicht Wenn du dich da an ein paar Mal Wenn du dich da an ein paar Mal dann kannst du dich da an ein paar Mal und schlafen und schlafen Fliegel auf die Blume Schlafen Schlafen, wir sind auf die Gula Und wenn du dreckig bist, und du stinkst, da kommen andere Leute nicht dir näher, aber wenn du anfängst zu duften, Menschen kommen und fragen dich, sie sehen, dass sie übernatürlich leben, und da sind wir wirkliche Zeugnisse. Amen. Wollen wir beten? Ich möchte eine Sache, dass wir erstmal klar diese Wahrheit erkennen. Ich bin eine neue Schöpfung, in Christus Jesus geschaffen. Dass du das wirklich endlich mal aufnimmst, in deinen ganzen Zellen hinein reinbringst. Und dass es kein Verdomnis für mich gibt. Dass ich Engeliebter Gottes bin. Ich bin geheiligt. All das, was mich dreckig gemacht hat, ist am Kreuz. Die menschheit ist tot. Und ich bin frei. Und dass wir dieses bekennen, ich muss und brauche nicht mehr zu zündigen. Und das, was ich nicht mehr zu tun, dass ich mich nicht mehr zu tun habe. Danke, Jesus. Danke für deine Botschaft heute. Danke, dass du uns heute wieder mehr und mehr von deiner Herrlichkeit gezeigt hast. Danke, dass du heute wieder mehr und mehr von deiner Herrlichkeit gezeigt hast. Danke, dass du ein wunderbares Werk am Kreuz gemacht hast. Danke, dass du für unser tägliches Leben auch gestorben hast. Danke, dass es möglich ist, dass wir jeden Tag in Heiligkeit leben. Und mit dem Gewissen und Glauben, dass wir geliebten sind. Und das, was wir Menschen sind. Halleluja. 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 Ja, wenn du jetzt auch in der Zündung leben möchtest. Ja, wenn du jetzt auch in der Zündung leben möchtest. Jesus sagt, Mein Sohn, meine Töchter, Besern, meine Döchter, Zündung passt nicht mehr zu dir. Zündung ist von alten Menschen. Es passt nicht mehr zu dir. Es ist nicht der Ort, wo du sein musst. Das ist der Ort, wo du sein musst. Da wo du sein sollst. Es ist mein Wort. Das ist mein Wort. Das Wort, mein Wort. Mein Wort. Da wo du trinken, da wo du essen kannst Alles umzahnst Kaam und flieg weg Flieg weg Wo du da gebunden bist Und wenn du da Probleme hast Bitte mich Und ich werde dir helfen Ich werde deine Füße von diesem Dreck befreien Wo der Teufel dich gebunden hat Ich werde dich frei setzen Ich hoffe mich an Und vertraue mir Und du der du versucht hast Heilig zu leben mit deinen eigenen Kräften Mit deinen eigenen Gesetzlichkeit Lass los Du kannst nicht mehr tun als was ich am Kreuz getan habe Glaube Und empfange meine Gnade Jeden Tag Für alle Situationen Emfange meine Gnade Es ist überfließende Gnade Das ist überfließende Gnade Mehr als das Was du gesund hast Mehr als du dir vorstellen kannst Und das ist überfließende Gnade Und wenn du da drin steckst dann könntest du einfach nur um Und wenn du da drin steckst dann könntest du einfach Wenn du da drin steckst dann könntest du einfach in der Gnade In Dost Faiz Halleluja Dank Jezus Mersi Sohe Masi Wir wollen dir die Ege geben Be Toa Jalad roo mitiim Khudamandam Oh Rakasi biedia Dostostoria randara Mashid isti aran Dostoria randara Halleluja 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 Danke Mersi Mersi Das ist Dior Dostoria randara Halleluja Und ich will dir danken Jezus zum Schluss Dass du uns jetzt helfen wirst Dass wir diese Woche unter Deine Gnade leben können Und dass Deine Gnade uns diese Woche auch begleiten wird Halleluja Halleluja Be Toa Jalad roo mitiim Peder Du wunderbar Eesu Toa ey Eesai alie Perlich Eesu Ey Khudai pur Jalad Es ist nichts mit dir zu vergleichen Keh heitschi qabel mgaise bato niest Halleluja In allem bist du wunderbar Herrlich Der heme chie alie Perjalali Be Toa Jalad roo mitiim Wollen dir sagen Dass wir dich lieben Und bei Toa miigiem Du Saito darim Halleluja Danke Herr Danke Peder Danke dass du sein Sohn gesandt hast Merci kehr peter Dass er für uns alles wird Kehr peter Pterzend dich und bieden aus dem Namen Jesu Tore ru miiprasst diin Und Dua kehr diin Der Name Eesaii Masi Amen Amen Havte eine giener Havte eine giener Havte eine gesignete Vielen Dank.